Das gegen Nies Haus dominieren soll, weil ich baue mir da so ne kleine Mini-Netter-Festung hin. Ankommen. Alter! Fucker. Wird Eingangssäulen aus Quarz. Moment, wir haben doch eh schon sehr viel Quarz, das können wir einfach nehmen, ne? Weg hier sind's verrücklich. Ich kann ja mir ein bisschen das Quarz nehmen, oder? Alter, wie Lohn hier sind, das ist ja unglaublich. Die Festung besteht so gut wie nur aus Lohn-Spawnern und so'n Zeug. Das ist gut. Das ist gar nicht geil, ich muss hier irgendwo was verwertbares finden. Ähm, ich kann mir ja Quarz von dir nehmen, oder? Ja, ja, klar. Alles, oder? Du brauchst noch was davon. Du kannst alles nehmen. Danke. Darf ich mir auch die Nesserziegel nehmen? Äh, ja, ich bring noch welche mit. Gut, danke, weil ich brauch die für mein Haus. Alter, ich dachte, Gott, was geht jetzt ab? Gut, da geht's rein. Da geht's zum Festung Inneren. Da seh ich auch ne Truhe. Wie komm ich da hin? Kann man die da nicht nochmal umändern? Da sind die nur... Ach, leider. Schade, schade, schade. Na gut, danke dann schonmal für die, äh... Ressourcen. Jupp. Oh. Ach, ich hab Holz dabei, gut. Dauernd erhöht sich bei mir schlagartig das Lichtlevel. Denk mir, scheiße, wo kommt die Lava her? Ja, und im Nether fließt der Lava, glaub, dreimal so schnell. So wie Wasser in der normalen Welt. Ja. Und auch genau, also sozusagen Lava ist einfach mit Wasser ersetzt worden, nur dass im Wasser, in diesem Falle, Lava im Nether ziemlich wehtut. Wie das klingt. Ja, das ist natürlich... Lava tut weh! Unverändert. Ach, das ist ne Treppe. Äh, äh, das ist keine Treppe, das ist, äh... Okay. So, jetzt zeig ich eigentlich nochmal einen guten Grundstein für mein Vorhaben. Ich brauch da nur noch Lava. Also ins Lava. Denkst du, der gibt, opfert sich auf, dass ich meine, meine Festung besser bauen kann? Ins Lava? Ich mein so, mit Ins Lava. So, das lass ich offen. So, hier lang. Erstmal. So, jetzt lass ich noch einmal kurz ne Ktoffel! Was war das für ein Bug, bitte? Was war das denn für ein Bug? Ein, ein Hooper-Skelett? Ein River-Skelett kam grad auf mich zugerannt. Aber in nem Tempo, äh, wie ein kleiner Zombie. Alter, ich hab... Ja, der ID ist ähnlich. Ne, wie ein kleiner Zombie. Ich weiß, die ID ist ähnlich, checkst du nicht, oder? Ja, ne, grad nicht. Ne, die, äh, ID von zwei Monstern kann nicht dieselbe sein, weil sonst wär's einem dasselbe. Und dann müsst ihr ja auch tatsächlich in der normalen Welt einfach mal spontanitären Wizard-Skelett spawnen, weil... Die ID ist ja ähnlich. Stimmt ja nicht. Komm, wof, bitte. Ich mach dich fertig. Wer? So, dann fang ich mal da oben an. Alter, ich mach grad den Mighty-Fighting-Roll. So, scheiße, Alter, ich bin so blöd, ey, weißt du? Ich, ich hänge auf der gleichen Taste fest und lauf rückwärts, 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 drehen mich. Weißt du, was was lustig ist? Vier Diamanten. Im Nils-Sein-Haus ist ein Enderman. Vier Diamanten. Und ich konnte ihn ohne Probleme töten, weißt du wieso? Hm? Weil er in Nils-Sein-Haus drin war und es war dunkel da. Eben nicht, dass er sich umher teleportiert bin, blöder. Äh, kann er im Dunkeln nicht porten? Äh, ähm, portet er sich seltener. Er portet sich nur, wenn du ihn wirklich aggro ziehst und ihn anguckst. Ja, das kenne ich ja, das kenne ich ja vom Angucken, mit dem Angucken. Das umgehe ich ja auch immer, einfach um, auf die Füße schlagen halt. Die Stinkefüße. Ja, da ich portet er sich überhaupt nicht. Alter, ernsthaft, du musst dir meine Aufnahme danach später angucken, ne? Oder irgendwann mal. Ja, du, da waren wir auch mal meine. Nochmal, ähm, ich hab hier nochmal, äh, Dings gefunden. Äh, wie heißt das? So, ich brauche jetzt einen ordentlichen Platz für meinen, äh, Warzen. Hier sind wieder Warzen. Äh, zweimal. Ich will nicht eine Nähe von Nils bauen, weil sonst zvackele ich dem so nach seiner Bude ab. Ich hab jetzt, ähm, ich hab jetzt, glaube ich, drei Stacks Warzen gefunden. Sollte leider nicht ausreifen. So, irgendwas muss ich wegwerfen. Eisen, brauche ich eine Axt im Never. Das kann ich wegwerfen, das kann ich wegwerfen. Eine Schaufel, nein. Also, los geht's, holen wir uns eine Schaufel aus der Kiste der Toten. Wieso heißt sie die Kiste der Toten? Weil all das Loot drin ist, das die Leute bei uns gelassen haben, als sie gestorben sind. Okay. Hat Sinn. Ja, pfft, was kann ich denn dafür, wenn die immer zu uns kommen und sterben? Ja, gell, sollen damit aufhören. Das tut uns mehr wie als den. Ja. Ähm, eine Axt wäre auch nicht schlecht. Haben die eine A, natürlich, eine Axt haben sie nicht da gelassen. Das ist doch doof, ey. Äh, goldene Pferderüstung brauche ich nicht. Goldene kann ich wegwerfen. Äh, ich nehme jetzt auch mal alle Sattel mit, ne, auch wenn wir genügend haben. Mhm. Ich vertrete das Motto, man kann nie genügend besattelte Pferde haben, ne. Ich hör'n Magma-Schleim. Das heißt, da muss was sein. Na, nicht unbedingt. Oh, und Peppy schafft. Peppy hat's echt nicht drauf. Ach, der spielt immer noch weiter? Wieso, wieso ist der nicht mehr bei uns? Finde ich ja mega geil. Weil er jetzt bei den anderen, bei Drago und, äh, Pfingst ist und er hat die TNT verloren. Ja? Achso, er ist gestorben, stimmt ja. Ja, und jetzt hat er 36 Teams. Alter! Was? Alter! Geh raus! Scheiße! Alter! Ich hab' den Cube nicht gesehen. Ich hab' den Cube nicht gesehen. Ich hab' anderthalb Herzen. Alter! Das ist scheiße. Ich bin gerade 20 Blöcke runtergefallen. Ich baue mich gerade, ich baue mich gerade ein, damit, damit, damit mich nichts killen kann. Oh, das war tatsächlich auch ne geile Idee. Alter! In dieser sandigen Bucht. Alter, ich hab' grad' mega den Schrock gekriegt. Schrock, Alter. Mega den Schreck gekriegt. Äh, ist Griff TNT verboten? Äh, Griffing ist nicht verboten. Wieso denn? Weil, jetzt denkt da einer. Nee. Griffing ist erlaubt. Der Cube hat gesagt, dass das verboten ist. Schreib das mal zurück. Er will, dass du was auch mal sagst, also bau' dich bitte mal ein, dass dir nix passieren kann. Am besten auf dem hohlen Pfeiler. Hab' ich eben gemacht. Alter, ey. Du weißt, wie ich mich erschreckt hab', du kennst das ja. Du musst schreiben, du bist in der Sieg mal die Schweiz. Alter, du kannst dir vorstellen, wie ich mich erschreckt habe, ne? Du kannst es dir vorstellen. Wenn du, wenn du oben auf der Festung stehst, ne? So, so ziemlich ganz oben. Und dann fällst du wirklich alles runter. Und dann überlebst du den Scheiß auch noch. Und dann hab' ich den Scheiß auf, äh... Usel. Auf, auf anderthalb Herzen überlebt. Alter. Weißt du, ich bin nur noch gerannt gerade eben. Ich bin aber nur noch gerannt. Haben wir das erlaubt? Ähm, Abstimmung. Greifst du zurück. Als Argument. Glaub's nicht. Die Eisenschaufel, die ich gerade eben mir... ...ganz ehrlich aus der Kiste der Toten geholt hab', ...ist gerade kaputt gegangen. Ich hab' so circa... ...eine mal 10... ...oder einmal 20 große Fläche abgeholzt. Mit einer Eisen. Hacke. Ich glaub' ähm... Ich guck gleich mal auf meine Liste. Hol Kubi einfach mal schnell wieder in die Gruppe. Alter, ich hab' so'n Schreck... ...ich glaub' äh, so'n Schreck... ...äh, ich hab' noch nie so'n Schreck in Minecraft gehabt. Noch nie. Also... Ich nur hin und wieder. Also echt noch nie. Noch nie. Wann mal kurz. So, Mob-Griefing. Ähm... ...Mob-Griefing ist aus. Nur Mob-Griefing sch-schreib' das am besten mal. Ich werd's mir mal den Punkt noch schnell hinzufügen. Ich find... Ich find' Griefing bei Häusern auch scheiße. Ja, vor allem wenn die Häuser schön sind. Aber bei so nem Monster-Falle... ...dann nein. Da bin ich vollstens dafür. Also mit 36 TNT und einem Feuerzeug kann ich auch gut farmen gehen. Ja. Kann man wirklich. Oh, ich hab' jetzt richtig schön... Ich find's halt ulkig, wie ich da sitze. Du musst dir vorstellen, ich sitze hier. Äh... ...mein rechtes Bein über das linke gelehnt mit dem, äh, rechten Bein auf meiner Box. Auf meiner... ...Lautsprecher-Box. Nochmal, 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 nochmal. Irgendwie voll chillig. Du, ich brauch... ...die schon mehr. Der Schock, der, der hängt mir immer noch grad voll in den, äh... Man hört's. Also, der hängt mir grad immer noch mehr... Stimmt, ich brauch' noch dazu das, äh, Glowstone. Ah, gut, dass ich einige so einen Glowstone hab. Ich hab' acht Diamanten. Alter. Nö, ich, du kannst dir wirklich super vorstellen, ey, das ist, ähm... Ich schau's mir gleich in der Aufnahme an. Das ist so... Ja, ich kann's dir ja nicht direkt zeigen. Ich kann's dir per, 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 per... Ja, komm, ich zeig's dir per, ähm... Skype, äh, Videoübertragung. Ich glaub, das geht auch. Boah, Alter, ey. So'n Schock, ey, Minecraft, Alter. Dafür feier ich das Spiel einfach. Ja, das ist in der Witz, das ist besser als Slender. Das ist, das ist trotz, trotz so'ner Grafik. Es ist besser als Slender. Uiuiui. Ich sag's immer wieder, auf Grafik kommt's nicht an. Die Grafik ist sozusagen nur ein Beisache. Und man sieht's ja, Minecraft, das ist Blockoptik. Und es fetzt einmal wie noch was. Blocktick. Ja, Minecraft hat halt auch diesen Teil, das du selbst bauen kannst. Das ist schon mega geil. Er hat mich grad Allay geschieben mit Y hinten dran. Dann töd ihn dafür. Nein, ich bin... Wie schon gesagt, ich bin, wenn's sein muss, nicht so PvP ausgelegt. Ich will nicht PvP machen, ich will nur freundlich zusammen hier ne ruhige Kugel schieben. Alter, er rate... In Minecraft ne ruhige Kugel schieben. Rate mal, wie viele Diamanten ich gefunden hab schon. Einiges. Ja, rate die Anzahl. Acht. Neun. Fast. Elf. Fast knapp daran vorbei. Elf. In der Festung. Ich erwisch die scheiß Mücke einfach nicht. So, hier geht's nicht weiter. Bzw. Ich hab noch nicht gecheckt. Hm, das heißt, geht oben weiter. Warte, das können wir... Egal, komm. Ich krieg's jetzt nicht drauf an, jetzt einfach irgendwie dann noch zu sterben oder irgendwas Dummes zu machen. Mhm. Eine Viertelstunde haben wir noch, das heißt... Ähm... Schreib am besten jetzt schon mal noch eine Viertelstunde, weil sonst ringen sich die Leute wieder auf. Aber Laser ist ja gar nicht da, so kann er sich gar nicht aufregen. Ah, Alter. Boah, ich... Aber wirklich, die Zähne, wie... Ich hab immer noch... Meine Arme schwitzen gerade, also... Das sind du bitte für Fettarme. Nee, das ist aber nur, weißt du... Dieser Schock, dass du so runterfällst. Äh, dass du so runterfällst und da noch überlebst. Komm her, los, Gast, ey. Ich mach dich kalt, ey, Alter. Schon mal ein Gast im Nahkampf getötet? Nope. Passiert selten. Ah, ich... Ich hab noch einmal heiß geschafft, weil er einfach total schön ankam. Weil er da gebackt hat. So, ich muss jetzt den Weg zurückfinden. 50. Äh... Nein, das ist... Das ist in die Richtung. Äh, also da lang. Und... Da lang, also in die Richtung. Dann noch ein wenig kleiner, das heißt in die Richtung. Ja. Gut, dann muss ich in die Richtung.